Musik Ja, Eischöntchen haben wir auch. Am frühen Morgen kampeln sie hier über die Stromleitung. Weiß sind sie. Und ab in die Bäume. Ja, meine Lieben, wir sind mal wieder am Nachmittag im Lotus. Bei True 5G und schließen da jetzt einen WLAN-Vertrag ab, weil wir mit den anderen, mit den Anbietern, den wir hatten, mussten wir fünf Tage warten. Niemand kam, niemand hat sich gemeldet, hat das auch gestern gekündigt. Und danach holen wir uns nur einen Fernseher und jeden Tag ein bisschen mehr. Ja, das Wort in Ruhe gucken geht hier nicht. Beratung ist Beratung. Aber die hier sind alle um die Hälfte reduziert, weil sie jetzt so eine Angebotswelle haben. Der sieht auch ganz gut aus. Sechstausend. Ja, schauen wir mal, was wir uns zulegen. Da ist schon der Nächste. Ja, hallo meine Lieben, heute haben wir keinen Fernseher gekauft. Der war nicht teuer, der hätte mir gefallen. Aber Puriwatt muss dann noch 100 andere gucken und immer teurer und teurer. Für meine Verhältnisse, ich gucke kaum Fernsehen, hätte das gereicht. Die Frau hat uns zwar das Mögliche gezeigt, sie war aber nicht in der Lage, auf zwei Fernsehern Programm gleichzeitig laufen zu lassen, dass man die hätte die Farben vergleichen können. Also das zur Beratung in Thailand. Die Couch, die wir geliefert bekommen haben, muss man einhaken, damit sie nicht auseinanderrutscht. Da waren die zwei Haken verkehrt rum angebracht. Okay, die haben es dann irgendwann geschafft, weil ich darauf bestanden habe, dass sie eingerastet wird. Nicht wie bei anderen Leuten, wo man plötzlich dann auf dem Boden sitzt, weil die Couch auseinanderrutscht. Man muss genau nachgucken. Katastrophe. Aber in Deutschland hatte ich eine sündhaft teure Küche gekauft. Die waren genauso blöd. Also in diesem Sinne, für heute ist Schluss. Ich denke, es gibt nichts mehr. Morgen fahren wir nach Buriram. Da machen wir den Vertrag für das Haus in Reisfeld. Und am Nachmittag kommt hier unser Internet. Dann sind wir auch wieder etwas flatter unterwegs. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.